Servus Leute! Willkommen zurück hier bei Pokémon Gabe! Und zwar heute wieder mal mit guter Laune am Start! Hier bei Relaxo... Lass mich durch Pikachu! Ja, äh, am Relaxo kommen wir noch nicht vorbei... Nein! Also ein schlafendes Pokémon, das ist natürlich Relaxo, das sollte jeder von uns kennen, jeder von euch! Und mich würde jetzt mal interessieren, was gibt es hier oben eigentlich? War hier nicht, ist hier nicht irgendwie was? Hallo, erinnerst du dich an mich? Blablabla, ich bin Gehilfe, blablabla, wenn du 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, dann habe ich was ganz tolles für dich. Ja, was denn? Den Detektor. Ich habe wahrscheinlich schon 30 unterschiedliche Pokémon gefangen. Mal schauen. Oh, du hast erst 13. Ja, das ist schlecht. Wir brauchen nämlich, glaube ich, irgendwie 50, weil es dann auch nachher den EP-Teiler gibt. Ja, schauen wir mal. Egal, auf jeden Fall komme ich jetzt hier so nicht weiter. Ich habe doch bestimmt eine Karte, ne? Die würde ich mir gerne mal angucken, denn wir müssen jetzt woanders hin. Okay, dann habe ich keine Karte. Kann ich auch mitleben. Wahrscheinlich liegt die irgendwo in der Box. Also, das könnte ich mir richtig vorstellen, so... Naja, so wie ich bin mit meinen, äh, Organisierungskünsten, das ist wirklich, wow. Nicht mehr zu fassen. Und mir fällt gerade ein, oha, was mir gerade einfällt, äh, verzeiht bitte die irgendwelche Störgeräusche. Mir fällt gerade auf, dass ich mein Fenster noch offen habe und... Naja, egal, komm. Das wird hier eine kurze, knackige Folge Pokémon und ich wünschte, ich hätte jetzt Schutz. Habe ich Schutz? Ich habe Schutz? Juhu, dann setzen wir das doch gleich mal ein und wir geben uns durch die Diktar-Höhle. Ja, ich hoffe, dass uns hier kein Diktar angreifen wird, sonst... Ah, habe ich ein kleines Problem. Und vielleicht sollte ich auch nicht als erstes Pokémon... Ah, okay, Glutexo. Geht klar, kann man nehmen. Ist jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall schauen wir mal. Bla, 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 bla. Wo komme ich denn jetzt wieder raus? Ich glaube, ich weiß, wo ich rauskomme. Hallo? Diktar-Höhle. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war hier noch nicht. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ja, jetzt brauche ich ihn noch nicht mehr. Auf jeden Fall ist hier ein Haus und ich weiß, dass hier noch so ein komischer Typ ist. Habe ich... Moment mal. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken, wie zum Beispiel den Zerschneider, anwenden. Ja. Du brauchst ihn nicht zu wiederholen, Kollege. klickt. So, der hier, der will doch tauschen, ne? Ich suche nach Pipi. Hab ich nicht. Tauscht es gegen Pantymos. Ja, nee. Ich hab ja nicht mal einen Pipi. So, die Frage aller Fragen ist jetzt... Habe ich Zerschneider? Müsste ich doch, ne? Irgendjemand kann das, oder? Hallo? Rammus? Dann mach mal. So, Zerschneider, Bämsen, der Weg ist frei, denn wir gehen jetzt erstmal hier wieder zurück. Wir müssen nämlich irgendwo lang. Also, ich müsste jetzt ja irgendwo... Was für eine Angabe. Nein, aber ich glaube, wir kommen jetzt... Wo kommen wir nochmal raus? Ich bin gerade verplant. Ähm... Vertania City, ne? Ja, genau. Ich glaub, das ist das doch, oder? Wir finden Mondstein. Sehr schön. Auf den Weg nach Vertania City. Wer das noch kennt, einmal bitte einen Kommentar schreiben. Ne, aber, ähm... Moment. Wir setzen jetzt erstmal Zerschneider ein. Nochmal hier. Zack. So, und weiter... Die Frage ist jetzt... Ich weiß, das ist eine schöne Frage. Wo sind wir denn jetzt? Route 2. Vertania City, Mamoria City. Ja! Nein! Moment mal. Jetzt sind wir wieder in Vertania City. Ja, aber das Witzige ist, ich muss... Moment mal eben. Ich bin gerade ganz verwirrt. Also sind wir jetzt... Nein, nicht Start... Da, da, da. So, jetzt hier. So, zerschneider. So, komm noch. Also, Mann. Das ist auch kompliziert hier. Ne, aber, ähm... Ich geh jetzt erstmal wieder zurück nach Orania City, denn von da aus müssen wir die Route hoch nehmen und dann rechts. Da war ich noch nicht. Also, wir müssen noch eine Menge, Menge kämpfen, glaube ich gerade, oder? Ja. Also, und dann müssten wir irgendwo in... In... In Lolltown müssten wir rauskommen. Nein, in Lavand... Lavandia City... Lavania City. Nicht Lavandia, oder? Ja doch, Lavandia. Ich weiß es nicht. So lange kein Pokémon mehr gespielt. Tut mir leid. Und dass ich jetzt keine Karte habe, ja? Dass ich jetzt keine Karte habe, das frustriert mich ein bisschen. Ganz ehrlich. Und warum greifst du mich an? Ich habe doch Schutz eingesetzt. Diktar auf Level... 22. Hallo, Diktar. Hallo. Ich verbrenne dich. Okay, vielleicht klappt das jetzt nicht so ganz. Wir kassieren erstmal einen Heuler. Ist auch was Feines. Ich meine, mal eben so angeheult zu werden von einem Diktar. Ich meine, das ist doch irgendwie... Also, irgendwo ist das doch auch schön. Jetzt... Nee. Nee, das Teil hat sich eingegraben und Schaufler sollte sehr effektiv sein, oder? Ja. Ja. Scheiß ist sehr effektiv. Verdammtes Scheiß. Wie... Du kannst nicht davonlaufen. Nein, ich kann nicht davonlaufen. Okay, pass mal auf. Tauburger, Level 31. Und wie ich davonlaufen kann. Beziehungsweise, jetzt machen wir den Typen mal richtig platt mit Flügelschlag. Und mir fällt gerade was ein. Es gibt ja Aero-Ass. Vielleicht die meisten von euch kennen diese Attacke. Das ist ja eine Flugattacke, die trifft angeblich immer. Also, das ist jetzt sowas, wenn der Gegner Doppelteam oder sowas einsetzt, dass, ähm... man trotzdem noch trifft. Ich frage mich gerade, wenn ein Diktar Schaufler einsetzt und unter der Erde ist, wird es dann getroffen von Aero-Ass? Das würde jetzt ziemlich wenig Sinn da geben und kann ich mir ja auch eigentlich so jetzt nicht vorstellen, aber... Sag mal, habe ich wirklich Schutz eingesetzt? Hallo? Ich habe doch keinen Schutz. Dash setzt Schutz ein. Ich bin doof, ich bin doof. Ja, verzeiht mir das. Ich habe keinen Schutz eingesetzt. So, auf jeden Fall, was ich jetzt meine. Den dritten Orden haben wir ja, ne? Wir sind ja schon ein ganz großer Pokémon-Trainer. Ähm... Moment mal, was? Ich habe nur zwei Orden? Hä? Ach, Moment. Hab ich den? Wer bist du? Ich habe einen Shiggy! Aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ich denke, ein guter Trainer sollte Shiggy richtig erziehen können. Pika, Pika. Moment mal eben. Moment mal. Wir geben mal... Äh... 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 Erstmal suche ich jetzt mal danach. Hallo? Da-da-da. Jetzt sagt mir nicht, dass ich keins mit habe. Ich habe keinen Trank mit. Eiskalt. Aber was mir gerade mal auffällt, Moment mal. Bin ich so verplant? Habe ich gerade so viel vergessen von meinem Spielstart? Habe ich den dritten Orden noch gar nicht? Nein, Moment mal. Den haben wir wirklich noch nicht, oder? War ich hier noch nicht drin? Hey, warte, du Champion in... Spee. In Spee. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den Blitzschnellen-Arena-Leiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon und deswegen solltest du dir einen Dickter oder einen Dicktriebe saugen, weil sonst hast du ganz schnell mal keine Chance mehr. Ne, aber... Äh... Moment. Die Frage ist jetzt, wo ist der andere Hebel? Da? Da? Oder da? Der ist ja angeblich immer daneben, ne? Ähm... Ich denke, hier ist der Hebel. Nichts. Schade. So, jetzt werden wir wieder gucken, wo der Hebel ist. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ist hier ein Hebel? Hier ist nichts, bloß Abfall. Ist hier ein Hebel? Ist hier ein Hebel? Ist hier ein Hebel? Ja, sehr motivierend. Ist hier ein Hebel? Nö, hier ist nichts als Abfall. Lalalala. Da muss hier ein Hebel sein. Und wenn da kein Hebel ist, dann muss auf jeden Fall da ein Hebel sein. Aber da da kein Hebel ist, ist auf jeden Fall hier ein Hebel. Und weil hier jetzt gar kein Hebel war, müsste hier einer sein, da ist tatsächlich ein Hebel. Und der nächste, das ist ja jetzt mal logisch, also... Der nächste ist dann hier. Das zweite Schloss wurde entriegelt. Und wir haben die mechanische Tür geöffnet. So. Und wisst ihr was? Moment, ich speicher jetzt mal. Wir haben doch schon gegen den gekämpft. Habe ich nicht mit Shio den dritten Orden geholt? Ne, da steht eiskalt, ich habe zwei Orden und nicht drei. Leute, ich würde sagen, ich habe keine Items. Und jetzt habe ich umsonst die Schlösser geöffnet. Aber wisst ihr was? Das soll mir jetzt egal sein. Ich will mein Glück versuchen. Erst mit Tauboga. Ja, mein stärkstes Pokémon zuerst. Allerdings wird Major Bob uns eh abziehen. Denn Major Bob hat Elektro-Pokémon. Das sollte sehr effektiv sein auf unser Tauboga. Und sonst ist mein Team ja auch nicht gerade... Naja, das Beste, sag ich jetzt mal. Ja, und von daher... Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, Major. Warte mal, der hat nur ein Pokémon. Hat der nur ein Raichu? Nein, das glaube ich jetzt nicht, ne? Raichu auf Level 28 ist ja putzig. Der hat nur ein Pokémon. Flügerschlag! Okay, erstmal kassieren wir einen Mega-Heap. Das, äh... Aua, das tat weh. Und da wir jetzt keinen Trank haben, das ist das Problem. Ich habe keinen Trank, keinen Super-Trank, nix. Leute, ich würde sagen, da ich jetzt gleich wahrscheinlich weg bin, würde ich erstmal einen Ruck-Zuck-Heap wagen. Einfach, weil ich zuerst angreifen will. Ja, komm, komm. Das war sogar besser als der Flügerschlag. Noch ein Mega-Heap und ich hoffe, dass ich das überlebe. Bitte, ja, sehr schön. Ruck-Zuck-Heap. Leute, wir holen uns den dritten Orden. Kommt schon. Ey, das klappt. Mit euch an meiner Seite, komm. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Leute, wir haben den dritten Orden. Hallo? Unser Tauburger. Oh, Leute, das ist herrlich. Das ist herrlich. Also, wenn ihr Pokémon Gelb spielt, ich versichere euch, Tauburger Level 31 reicht. Kann reichen, reicht locker. Solange das Raichu keine Volltreffer macht, ihr gewinnt den Donner-Orden. Wir haben jetzt den Donner-Orden gewonnen. Ich habe ihn gewonnen. Und das steigert die Initiative meiner Pokémon im Allgemeinen. Wir können Fliegen einsetzen. Und was bekommen wir jetzt noch? Dein Rucksack ist voll. Ja. Ja. Das ist aber schön, dass mir nur Rucksack voll ist. Dann würde ich sagen, wir setzen mal was ein. Wir sollten mal irgendwie... KP Plus. Einfach mal auf den guten alten Tauburger. Auf das gute alte Tauburger. Auf die gute alte Tauburger. Ne, weiß ich nicht. Hier, wir bekommen jetzt irgendwas von ihm. Auf jeden Fall wiederholt er erstmal seinen Text. Und jetzt bekommen wir TM... Hallo? Dash erhält TM24. Achso, okay. Dann ist ja gut. Enthält Donnerblitz. Ähm... Ja. Da weiß ich noch gar nicht, wie ich das benutzen soll. Denn Pikachu erlernt Donnerblitz einfach so. Pikachu ist ja momentan so... Naja, mein Elektro-Pokémon. Anderes habe ich nicht. Ein anderes brauche ich auch, um ehrlich zu sein, jetzt erstmal nicht und gar nicht. Und jetzt, da wir den dritten Orden haben, da gib mir doch einfach mal der Shiggy. Ja, ich träge den Donnerorden. Klar. Ich habe einen Shiggy gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ja, dann gib mir. Ich will Shiggy, ja. Vielen Dank. Möchtest du Shiggy einen Spitzen angeben? Nein. Aber behandle Shiggy gut. Natürlich, natürlich. Wir machen uns ein typisches... Wie soll ich sagen? Nicht Pokémon Anfangsteam, aber die Starter kommen rein. Auf jeden Fall alle. Dieser Samen sollen wir ja auch noch bekommen. Dann kommt am Ende Mewtwo rein. Dann muss ich mal schauen, was noch reinkommt, weil dann wird es ein bisschen schwer. Äh, erstmal muss ich ein Pokémon ablegen. Das wäre Nidoran, weil mich dieses Pokémon ein bisschen sehr krass ankotzt. Und wir nehmen uns Shiggy mit. Welches Level ist Shiggy? Shiggy, Shiggy, Shiggy... Moment mal, was? Shiggy ist schon im Team? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich kann sogar noch... Moment mal kurz. Shiggy, Tausch. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Moment, jetzt kriege ich gerade gar nichts mehr auf die Reihe. Shiggy als erstes Pokémon. Dann Glutexo, Pikachu. Tauboga wird auf jeden Fall auch in meinem Team bleiben. Sagen da mehr. Muss ich mal gucken, ob mir dieses Pokémon wirklich so sehr gefällt. Auf jeden Fall nehmen wir uns jetzt noch eins mit. Was hab... Wartet mal, was hab ich denn hier gemacht? Pokémon mitnehmen. S-Met-Bo-Kleinstein-Ni-Dora-Hahn. Kno-Fenser-Oder-Smet-Bo-A. Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Ich denke, erst mal Kleinstein. Nehmen wir mit. Und PC von Dash. Da würde ich auch noch mal gerne so ein bisschen... Ja. Ja. Am besten erst mal rausfliegen. Ne, aber ich würde da mal gerne so ein bisschen so ein Item able... Hallo. Ey. Es soll TM34 abgelagert werden. Danke. Es sollen zwei Sonderbonbons abgelegt werden. Die benutze ich... Und das verspreche ich euch wirklich eigentlich... Oder... Das... Es lohnt sich einfach nicht. Ab Level... 50, 60, 70 höher. 50 ist schon früh. 70 eigentlich auch, aber... Vorher lohnt es sich gar nicht. Mondstein. Könnte ich auch mal drei Stück von hinpacken. Mache ich aber nicht. Die ganzen TMs müssen weg. Zum Glück ist unser Lager so groß. So. Und ich... Und mir wurde ja gesagt, man kann Pikachu, glaube ich, hier gar nicht entwickeln. Da würde ich wissen, ob das stimmt. Hatte ich hier nicht gerade einen Donnerstein? Warte mal. Nur einen Mondstein? Oh. Ja, okay. Egal. Habe ich jetzt sechs Pokémon im Team? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Wackelt. Und hat Luft. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben in dieser Folge erstmal sehr viel geschafft. Wir haben jetzt den dritten Orden. Haben jetzt ein Shiggy. So kann unsere Reise weitergehen. Ja. War doch akzeptabel, würde ich sagen. Für eine kleine Folge. Bla. Auf jeden Fall sehen wir uns hier gleich wieder bei Pokémon Gelb. Ich mache jetzt wieder einen kleinen Schnitt. Wenn ich hier mal aus dem Pokémon Center rauskomme. No. No. Nein. Nicht nochmal. Ich will doch nicht nochmal heilen. Verzeiht es mir, Leute. Verzeiht es mir. Naja. Ich bin doof. Ich weiß. Und wenn ihr Lust habt, einen doofen Typen dabei zu beobachten, wie ihr Pokémon spielt, schaltet beim nächsten Mal wieder hier ein. Und ja, ihr seid dabei. Wir gehen jetzt erstmal wieder hoch. Speichern das Spiel. Ich würde sagen, Adios, Amigos. Und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Gelb. Tschö. Tschö.